sie sehen wir können auch gerade super proben so muss man den gelandet ja ja das war dann machen wir wieder fertig ja jetzt kommen wir ganz im flieger störe war wenn meine paketen eigentlich die löcher auch bewahren ja für mich rein zu fliegen ja ich habe ja auch bei uns geschossen mein gott bevor ich im ding war nur eine rakete mein gott aber ich bin eine sekunde draußen mit schon getroffen er hat mich geschützt weil wir durch mein gott ist immer gegner überall da wir sollten die nästa kaputt machen zu versuchen die blöden fälze da habe ich hier gehen wir auch in der app schließen eigentlich auch als sehen die auch als ding ist dann ich kann nur einen davon immer treffen an der höllenbommer kann man hier jetzt genau hier wer und ich funktioniert hat macht er nicht gut ich glaube er hat sogar gezählt als nest für sagen wir jetzt da gibt es 34 normalen normale proben da ist der vorrat ich habe gerade irgendwo vor ort platziert ja 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 das war erst dann müssen wir noch finden zwei dinge hoch kommt am besten wenn ich bin jetzt genau auf dem weg zur evakuierung werden natürlich wir haben sie in kronen aufgedeckt über credits über kreis wir müssen noch zwei erledigen noch freiheit lässt nicht warten weil ich ja getroffen habe naja muss die evakuierung hinter der ersten zitaten übrigens ja ja aber na klar ist mal irgendwo stehen bei mich die see ich habe ratten noch nicht mal in der nähe was schreibt man einen so und weil ich meine erlebt immer noch nicht mal um zu mir kollege erlebt immer noch sicher ob es nicht erkältet ich kann ganz ehrlich nicht mit der und bitte sie kommen alle von ihr aber das ist der mann habe ich nicht ich habe gerade meine worte ich bin so mitten in meinem walker einladen ja ich habe seit mal kurz fällig wir haben noch neun leben Oh Hey die selten ich habe deine form also da bin ich schon eingegangen das ist geschlossen verstärken uns gerade abgaufen die hat wieder einmal gesiegt meine güte ja sonst stehen wir uns hier fertig macht heute ja haben wir wieder eine operation abgeschlossen ich glaube ich ich glaube links von uns sind schon wieder dinge ist ja pilze wenn man oranges geset ja mit denen kloppen Ja Ob ich habe vorher Oh Wer ich bin voll in die visage geschossen ich habe was machen möchte danke naja kann ich war da muss man ja eine sekunde geben nämlich zu erholen ja ich habe mir immer noch einer für den schweine müssen eigentlich noch gegen uns immer noch ja wenn wir jetzt ja mal anfangen haben wir zu machen wenn man orange ist ja gesehen als wir gelandet sind denken ja man muss auch jetzt werden noch hat jemand gesagt so viele leute er hat mich wieder allein lasst mich er lässt mich nicht er hat so schnell angehört direkt wir den fall aber ein komfort mein gott um so viele leute hat so ein dicker es hat er schon wieder eine spiel da müssen wir unbedingt fixen wenn mich noch für karte bewegen jetzt habe ich ja nach oben drücke dann tut eine spritze einsetzen da kann man sich schreiben wenn man vor der ap hat wundern ich kann ausprobieren oder einseln pilzer markiere position das war okay schon sagen man sieht Oh Don't I was war da bin ich jetzt reingelaufen aber keine bombe auf einmal angefangen zu brechen meine gewisse weg das würde mich schon im nahkampf angreifen ja hau ja herr naja nach überall wo ich hingehen müssen wir blöden speyer ich komme nicht dazu was zu machen mein gott das gibt es nicht ich habe keine spritze bestätigt das stadt unterwegs meine güte ich habe dich mal ganz kurz daran 100 meter ja ich hätte ein bisschen besser laufen für mich das ist ja meine waffe flammen aufgehangen eine probe gesammelt der lebt doch jetzt nicht mehr wir benötigen eingeführt das war das war in den drinnen am glück schnee und der dach der nächste noch nicht eine probleme der typ setzt wieder ein ja dann müssen wir leichtesten er hat mich geschubt Okay Okay No, man Ah Ah Okay Ja, es ist noch Vorräte von der Braus Vorräte Ja, ich hab ja 100 Ja, ich hab Ja, ich hab Ja Ich hab Ja 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 Oh Oh Nein. Was? Hm. Das ist aber leider nicht effektiv. Okay, das dauert ewig. Das ist nicht da. Auf der linken Seite. Der kommt jetzt wieder her. Ah. relativ nah aber genauer stehen kollege ich habe eine bombe auf der tod ist ich glaube es tot ja neulich was brennt ein brennendes todes reingehauen ja ja ich rufe mal schon den walker so geworfen doch da würde oder terminal ich kann man schon rausziehen damit sie sich besser beschützen kann ja das geht und stürmer Stürme ist tot. Jetzt hat er schon wieder. Markiere Karte, nötig, bleib weg. Erinnert sich jedes Mal auf der Karte, den Stimmen benutze. Ich bin nur in der Markierung setzen und mich bewegen, aber jetzt mal, wenn ich nach oben drücke, tut er jetzt ein blödes Ding, die er benutzen sein. Dann kommt wieder Speyer. Ob wir uns sehen, seht ihr uns? Oh, wir sind weg. Yeah. So, wer ist eigentlich die Proben, du oder ich? Ja, ich bin schon wieder. Was laufe ich hier mal rein? Ja, der war vorher nicht. Oh, schon. Eine ganz unnötige Tode mit meinen Dingen hier. Ja. Ja. Er hat jetzt auch erökselt. Oh. Äh, da. Er hat eine Position. Ja, er sieht doch mal hinter- aber. Oh, Gott! oder eine mitte ein bisschen genau treffen aber ich habe geholfen also gegner ich weiß ich weiß ich bin ja schon hinter dir, ich bin noch nicht besser boah, wir sind geschützt, jetzt leer wie, schick er in Adlerreiz hier kommt die Kavalerie wer ist das Zusatzswacke? Ausrüstungspaket unterbrochen Adler Halbs, hole Nachschub als Zerstörer der nachschluss lange sie sollte da oder nicht daneben ok und komplexe dingens genau bei der evakuierung da kommt es aber gegen titan weniger probleme als mit stürmern drei minuten haben wir jetzt alles hier auf cool da und da soll ich komme ich zu machen warum liegt der neue punkt habe ich nachladen kollege und da kommen sie alle jetzt kommen sie von der rest die alles nein störe war da kommt direkt auf mich zu wenn dein ding daran klebte auch oh my god oh my god hier ist viel zu viel los gerade ich komme nicht mal an irgendetwas zu machen hier aber ich bin genau hier reingelandet irgendwie hier ich habe die super proben da war betrifft denn sowas von da ist genau in den gelandet okay die sind hier bei der evakuierung jetzt alles sicher gerade bei piks doch nein 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 wird mich gerade elektrisiert da hat ja du hast mich wohl jetzt gar zweimal mit einem elektro ding ja weggestoßen aber wie man ja eine aufnahme und da passieren so wenig leben hatten ja ja wir kommen zurück gut gemacht ich habe es auch nicht mal und glückwunsch zum abgeschlossenen wenn wir noch machen wir es mal wieder terminieren schwaben über normale form aktiviere ob ich will auch mein ganzes set hier gärtling geschützt mg geschützt ich weiß nicht ob das eine so gut ist schon mal 180 er hier noch mitnehmen na ja das ist ja auch mal geschützt weil diesmal kann man wieder unsere primärwaffen benutzen so box das schicksal aller menschen kinder liegt in ihrer hand okay er hat mit der geschützt wir benötigen ein geschützt das habe ich am morgen hat hier so weit schütze ich habe einfach rennen über die granaten mein gott über exklusions ja ich habe den vollen uppercut gegeben so viele gegner so viele so lange ja noch kleine sind neun stelle ich Ja 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 Er war auf der Weg, Leute Für den Wolfstern war fehler irgendwo ich habe gar nichts gegen den ich kann ja sein gesicht schießen ich bekomme da nicht so einen bekommen hatte ich mag meine arkeken schützt genau vor da ich habe eine spritz war gerade so was wir tot da wir sind vorräte wo waren sie immer nur wo in der mitte nein nicht durch so einen kleinen nicht durch so einen kleinen geht weg da du sagst ja okay wir aber 65 schon nachschub noch platziert da hat man aber keinen bock mehr gehabt ich habe ich hab ja 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 schon lange geworfen naja schön die pro meinsamen bevor wir gehen ja ich hatte vier sondern meine sammeln dann ich hatte ich hatte vier genau ein irgendwo müssen wir auch noch haben für karte sich ein gegner noch blinken pink da war weg du willst ihn dann leben lassen soll damit er seinen freunden davon erzählen konnte wir hatten relativ schnell als gedacht sagt dann kann er das wagen nein ich stand auf dem pelikan geschützt hält die stellung ja habe ich nur angesehen hat in den letzten paar sekunden passiert das haben sich gedacht sondern die ich da beinahe unter sechs minuten mal oder hatte ich gezählt wir vorstellen hierbei am besten wenn es dann muss ja noch bestärkung rufen und so habe ich mit vier spieler wahrscheinlich einfach ein weiterer sieg für die demokratie so ich weiß gar nicht mal brauchte ich brauche auch noch 80 normale proben ich habe 53 da sind sie die galaxien da müssen wir machen klar war wir haben der wir haben das natürlich das 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 ist nicht gerade mitgenommen vom patriotismus 100 metern apropos patriotismus ein bisschen viel lage ich habe schon wieder so ein pilz gesehen aber jetzt nur so eine rauchwolke wir sind schon wieder die fetten aber die anderen ja 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 er schützt bei kreisen in die pampe hat die blumen gegriffen kann er sagen ich sehe noch wieder von beiden seiten abgeschossen wird von dir und von mein geschützt was schon sehen kann der stein oder es 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 haben wir die pünde von über erde ist ja du machst irgendwie so eine anspielung ja an patrick jetzt will ich nach gruppen und und wenn ich die karte aufruf und ich bin nicht immer mecker dann tue ich nicht meine heilung einsetzen ja ich weiß nicht geschossen nein sagt fehler jetzt ein säure zu teilen wer habe ich noch verfehlt der fehler tot ich habe genau da ein ding geworfen ich habe gerade ein ding auf den geworfen nein noch nicht in einer loch gelandet ich glaube ich den pilz ja ich habe keine heilung gerade schlecht und habe ich auch nicht ja hier ist eine höllenbombe auch noch heute ist echt nicht mein tag überall ist überall sind nicht so gute sachen ok ja jetzt habe ich geile gespritzen da geht mir natürlich natürlich an der höllenbombe vorbeilaufen was wir beschissen hat da ist der wesentlich bedrohliche tod ich habe mich aufgemacht hast du ihn pilz kaputt gemacht ein ding soll sich mal beruhigen ich glaube der ist ja nicht der richtige ein paar spritzen wo sind die pilze da ah da bin ich gesehen da bin ich da bin ich gesehen naja meine sachen nein schon wieder brenn ist wo es jemand hell live bin ich da rausgekommen so genau vor mir sein so lange haben sie dann ein bisschen gescheit trägt action bei dir jetzt nicht getroffen ich war doch gerade umgerät eine rüstung ausgerüstet nämlich einmal eine 50 prozentige chance hat mich nicht zu töten ja wie merke ich noch nicht viel aber ich hätte mich anschleichen der sack noch einer sachen er ist ein stürmer er liegt immer noch dann wird es nicht noch nein ich meine kleine den ich die ganze zeit bearbeitet ich habe ja beide auf den geschossen also seine klamotten mein gott sieht aus als wird irgendjemand hier mit dem finger irgendwohin zeigen das war schon mal in richtung von der flagge gehen am besten mein geschützter platz kann sich darum kümmern und du hast ein ding 34 das haben wir gar keine proben haben wir verloren naja hat man nur zwei haben wir nur zwei wir sollten die proben von bisher aber der ist schon wieder ist schon wieder so ein brennessen stachel ich beinahe eingelaufen bei 1 bei ein da jetzt irgendwie viel besser mit den normalen granaten ja die dinger zu treffen und von umgekehrt und ich bin tot schöner elektroschock oh mein gott ich bin ja so was man tot aber ich glaube da war ein pierce war gerade wenn ich da gesehen habe ja da ist ein pferd aber ja die tanz dort nein ist ein nest ich habe das tapier schon ist ja irgendwo hier sind pierce sicher trinken zu sehr gut ich war ja die flagge für die flagge schon nicht seit ewigkeiten ihres sport aber ich kann aber diese blöden orangen lichter laufen und wenn wir uns nicht wir haben gelassen leute Ja, hab ich gesehen. Ja, steck ihn! aber musst du da mit mir ich habe mich jemand abgeschossen nein mein geschützt steht dahinten ja nur gehört gleichfalls schaden genommen ich habe ja wieder keine seltenen proben so mein aber ja ja ich habe schaden genommen ich will du hast mich da abgeschossen immer gefächsen brustkohle kollision die kontakt dazu mit meinen mecker irgendwas zu machen weil ich durch irgendwelche beschissenen sachen hier sterbe so war ding noch finden wir haben noch 20 minuten ok wo waren wir da noch nicht eigentlich schon überall wer sind wir so ich habe gegner musik macht er schon warum irgendwo irgendwas gar nicht nur als feuer auf einmal ja ich sehe es wir suchen die dinge wollte ich nicht parkieren ich erlaube in jedem beschissene pilz meine ich habe ihn getroffen mein gott sehr lange wirklich gut im ziel mit der pistole nein er hat unsere vorher gemacht ist ein fehler von einem behemoth das wäre das ein fehler und da ist mein ausgang naja gott ja ich komme nicht raus meine güte für eine umfährerkombinationen die beiden ich werde direkt angegriffen und leben ich weiß nicht was gemacht soll ich bin wir sind noch welche warum liegen gewesen naja jetzt habe ich auch so ein klein geworfen der kommt auf mich zu war 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 ja ja ich werde mal bitte nicht direkt vor mir fahren das war unkurs aber dabei ich glaube ich nicht ja wir sollen versuchen zu gehen also ich mal wieder ein walker da ist ein titan ist klar oh mein gott und pelikanram den also da haben wir alle eigenen sammelslei ist natürlich auch gerade von der explosion war so da dran ja ich glaube ich drüber oder auch nicht weil er baut muss er muss der fehler hätte ich auch mit der tentakel noch mal er ist dort nicht gleich auf wir kommen wir nicht mehr raus dass diese porten ja ich muss mal nach hause ja hier weg warum habe ich null aber habe ich nur spritzen dann schon wieder passiert ja ich bin tot das alles noch mal versuchen nach diesem blöden ding war naja wo leider nähe von dem todes regen oder verstärkung noch mal nicht so weit weg reiten wie da weil ich habe mich zwar wirklich einfach in richtung evakuierung links links der strahl den neuen blauen strahl da vorne geradeaus und weiter raus wenn wir zeit zu rennen hause oder pause an hause oder pausen die pappen bringen wir auch noch nach hause noch zehn minuten für die mission da muss man alleine machen da natürlich hat er jetzt noch ein gerufen aber ich habe aber schau wir nicht das mal übergehen ich habe gegen den außer mein gewehr ja aber weiter einfach weiter bei der wahl oder ich habe dann gesehen existiert warum drei minuten zurück aber vor vielleicht werden sie sind an einem planeten gehen können ich habe nichts dagegen immer auszuprobieren ankommen seit zwei minuten ok er hat sich nur bewegt deswegen darauf was und die tat ob er war das dann nicht auf einmal los sagt er ist nicht sicher jetzt überhaupt nicht sicher ich sehe überhaupt nichts hier sind aber immer noch der ist immer noch leben leicht tot ja 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 der blöde titan ist immer noch da erlebt er mal noch ja ich habe eine spritz und ich war jetzt auch da eine andere richtung good game easy okay ein problem